Yo, hallo, servastu und havetere. Eigentlich wollte ich diese Woche keinen Kill, Win oder Fail der Woche machen, weil ich jetzt Donnerstagabend noch immer ziemlich K.O. bin von Silvester. Silvester war einfach unglaublich bei mir und ich, wie gesagt, bin jetzt noch immer K.O. und habe auch diese Woche sehr wenig gespielt und hatte nicht wirklich was zum Herzeigen für euch, gar schon kein der Woche Video für euch, aber ich und die Leute, also meine Freunde aus dem DIA-Kern, haben vorher gerade noch eine Runde gespielt und wir haben uns so abgehauen, wir haben so viel lachen müssen über das hier und zwar diesen Namen. Schaut euch einfach diesen Namen an und dann hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. Das erklärt sich nachher glaube ich von selbst und tut mir leid, dass ich nicht mehr für euch hatte, aber ja, wie gesagt, ich hatte kaum Zeit. Aber am Sonntag, also den kommenden Sonntag, am 4. Jänner kommt ein neues Frag die Dias Video auf dem Klaren Kanal, den Link zum Klaren Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung und am Montag kommt wieder normal die unendliche Serie und dann habe ich noch ein paar andere Projekte bzw. Videopläne, die ich baldst möglichst machen werde, wann genau weiß ich noch nicht, weil einfach die Zeit knapp ist oder beziehungsweise ich wenig Zeit habe. Ich wünsche euch jetzt noch mal auf diesem Wege alles Gute, von Herzen wirklich alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt das Herbst, Silvester gut verbracht mit Freunden, Familie und habt gut gegessen, viel geschossen. Ich habe das auf alle Fälle gemacht und ja, einfach noch ein schönes neues Jahr. Bis dann und ciao.